Musik Herzlich Willkommen liebe Clasher! Zu einer weiteren Folge mit mir, dem Thorsten, bei Clash of Clans mit den True Warriors. Ich muss eben mal den Song ein bisschen leiser drehen. Ihr seht selber, bei mir geht der Inferno auf Level 2. In jetzt 20 Sekunden ist er fertig. Wir wollen auch ein bisschen Geld ausgeben. Und ein kleines Dorf-Update, inklusive kurzen Einblick in den einen oder anderen CK. Und dann fahre ich auch mal wieder, bin mal wieder am Tablet mit Stream dabei. Man hört es vielleicht immer noch leicht erkältet. Jawohl! Der Inferno ist auf Level 2, wunderbar. Das ist wieder ein tolles Update hier für mein Dorf, vor allen Dingen für mein CK-Dorf. Dass ich jetzt beide Infernos wenigstens höher als 1 habe. Der erste ist ja bereits auf 3. Und ich wollte jetzt eigentlich, ich wusste gar nicht, was der im Update kostet. 8 Mille, ey, meine Herren! Nun gut, kann man nichts machen. 8,5 habe ich. Ich habe eigentlich gedacht, ich könnte mit der Clanburg Treasury hier noch eine Mauer machen. Das funktioniert leider nicht. Dann muss ich einfach mal auf die Mauer noch ein bisschen warten, bis meine Queen fertig wird. Die Queen ist fertig in 22 Stunden. Das kürze ich wahrscheinlich um 20 Stunden oder um 10 Stunden. Da muss ich mal gucken. Ich möchte sie nämlich heute Abend gerne im CK mitnehmen und vielleicht auch wieder upen. Obwohl die 173.000 kostet und ihr seht selber Treasure wie leer. Leer gepumpt, nichts drin. Ich habe 115.000 Dunkels, da muss also noch ein bisschen was gehen. Und ich würde sagen, wir kloppen das Ding gleich weiter auf Level 3. 14 Tage, dann ist das Ding max. Und wie ich bereits angesprochen habe, mache ich im Moment so ein bisschen Lazy Farming. Ich meine immerhin in einer Woche jetzt fast 100.000 reingefarmt mit dem, was hier im Spiel so geht. Neben den Events, im Moment ist wieder ein Event. Und zwar das Golem Event, einen Tag 19 Stunden noch. Der Rathaus-10er muss zwei Golems bauen und drei Angriffe damit gewinnen. Gibt wie immer 300 EP und 30 Diamanten. Ist nicht gerade viel, aber wir machen die Events mal gerne mit. Vor allen Dingen kostet der im Moment nur auf Rathaus Level 10,75. Auf Rathaus Level 8, soweit ich weiß, 68. Habe ich eben zumindest gelesen. Ich habe auch schon einen in meiner Spenderbox, aber wir ja keine haben. Warum auch? Und hatte schon angesprochen, ich mache im Moment so ein bisschen Lazy Farming. Das heißt, ich nehme mir einfach ein paar Riesen, die ja wie im letzten Video gesehen endlich auf 7 sind. Und natürlich richtig Bock machen. Richtig Bock machen sind natürlich, wenn ein paar Mager dahinter sind und so weiter. Im Moment hier beim Farm setze ich sie einfach nur vor meine Goblins. Bin auch wieder von den Pokys ein bisschen runter. War kurzfristig die Tage in Meister 3 und Meister 2, glaube ich sogar, als es den Bonus gab. Und da wollte ich den ganz gerne etwas höher mitnehmen. Das war auch eher Zufall, dass ich so hoch war und dann plötzlich das Event anfing. Was natürlich für mich, was mir ein bisschen entgegenkam, muss ich sagen. Und von daher habe ich dort auch ganz gut noch Bonus geholt. Und ihr seht es hier selber, ich mache halt echt nur das Nötigste zur Zeit. Macht mir aber auch nicht wirklich was. Ein paar Kobolde gesetzt. Ich fahre mir ganz gerne mit den Kobolden. Und dann haben wir jetzt ganz gut Dunkles mitgenommen. Das Lager schaffen die noch. Mal mal was gucken. Okay, da haben wir noch ein Goldlager. Dann schicken wir den mal da auf die Reise. Das sollte natürlich eine Riese werden. Und das Goldlager nehmen wir noch mit. Dann war es das auch. Pokys verlieren wir hier ruhig. Zack, 2000 Dunkles, 250 von ganz gut von beiden. Und dann habe ich vermutlich jetzt schon meine Armee wieder nachgebaut. Ich gucke mal, 85, 24 ist natürlich ziemlich viel. Ich brauche wieder ein paar Riesen dazu. Den brauche ich im Moment nicht. Die baue ich noch wieder an. Und kann eigentlich sofort wieder losgehen. Ja, so geht das natürlich ratzifatzi hier, das Farm. Und dementsprechend bin ich zuversichtlich, dass ich nach meiner Krieg, entweder kann ich sie weiterbauen. Oder aber ich spare auf, auch noch was anderes. Ich habe in zwei Tagen fünf Stunden meinen Elixier-Collector endlich fertig. Der Tesla ist in zwei Tagen 15 Stunden auch fertig. Die Baracken in vier Tagen. Also dauert alles nicht mehr so lange. Und ich kann dann voll reingehen in die Dev. Da weiß ich auch noch nicht genau, wie ich anfange. Muss mal gucken. Vielleicht einen X-Bogen anstoßen. Und den Bombenturm vielleicht mal einen Level höher bringen, den neuen. Gucken wir mal. Wir machen einfach weiter mit so ein bisschen Lazy Farming hier. Okay. Da kommen wir jetzt nicht so gut ran. Ich hatte das bei einem anderen YouTuber im Video gesehen. Und da ich selber ganz gerne so farme, habe ich diese alte Taktik einfach mal wieder rausgekramt. Ich habe das, glaube ich, auch schon mal in einem Video gezeigt. Die Truppen sind wirklich schnell gebaut. Vor allen Dingen im Hintergrund. Man sucht ja immer so ein bisschen. Und wenn es einem nicht gerade auf Pokale ankommt und man kann hier immer so, weiß ich nicht, 1000, 2000 oder so dunkles mitnehmen, dann ist das schon okay. Selbst so einer hier ist okay. Ja, mit zwei gesetzten Riesen hier. Da schießt irgendwie gar nichts darauf. Okay. Da schießt ein bisschen die Queen. Die 100.000 hier nehmen wir doch mit. Warum auch nicht. Da wären wir ja schön blöd, wenn wir das nicht machen. Und die kriegen wir mit so ein paar Trypies. Kriegen wir die hier raus. Ganz easy. So, den kann ich, glaube ich, so mitnehmen. Und dann war es das auch. Wir gucken mal, wo es dunkle ist. Da und da in Bohrer. Das kriegen wir natürlich auch hin. Da setzen wir hier nochmal zwei Stück. Und einmal die hinterher gesetzt. Dann gehen die da gerade rein. Holen sich den einen Bohrer. Und ich hole mir hier unten, glaube ich, auch noch eben den anderen Bohrer. Dann setzen wir hier mal drei Mauerbrecher. Ein paar von den Typen hinterher. Und dann gehen die jetzt hoffentlich auf das Dunkle. Jawohl. Und das war schon mehr, wollen wir gar nicht haben. Die 13.000 an Elex, die lasse ich ihm einfach. Ist auch ein Spieler, der wohl nicht online ist. Ja. So geht das immer Stück für Stück weiter. Und ich date dementsprechend meine Base weiter ab. Wir können einmal in den aktuellen Clan-Krieg gucken. Es sieht sehr durchwachsen aus, muss ich sagen. Level 13 Clan. Richtig heftige Truppe. Aber auch in etwa genauso viele Siege wie wir. Also das ist schon auf Augenhöhe. Unser Lock will ich gar nicht betrachten. Oh, das war der falsche Button. Warlock. Ja, unser Chef kriegt die Krise. Drei CKs am Stück haben wir schon ewig nicht mehr verloren. Ihr seht das selber. Immer nur, wenn überhaupt, mal zwei oder mal einen zwischendurch. Aber drei jetzt am Stück. Ich meine, den letzten haben wir aufgrund von Prozenten verloren. Da muss ich sagen, das kreide ich unseren Elfern an. Ich meine, hier oben war es ganz böse. Ihr seht selber, drei Sterne auf Normen. Richtig krasse Sache. Das wären eigentlich auch drei gewesen. Also der Kollege hatte richtig krass angegriffen. Und ihr seht selber, auf den ersten fünf Basis nur fünf Sterne zu holen, ist zu wenig. Ist zu wenig. Und dementsprechend, die hatten nur zwei Zehner. Nämlich den hier und den hier. Und sind wir mal ehrlich, auch den Sechser hätten wir irgendwie drei Sternen müssen mit dem Elfer. Aber da waren wir taktisch unklug, haben wir am Ende dann auch festgestellt. Und haben so, tja, leider in Prozenten verloren. 89,32 zu 91,56. Glückwunsch nach drüben. Aber wir geben nicht auf. Neuer Clan kriegt neues Glück. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Toto Clashed. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder.